Hallo Leute, willkommen zurück bei Clash of Clans und ich dachte mir, wir schauen mal, was ihr so für Angriffe an den Start bringt. Wir fangen mit Fabian an. Ist Fabian, irgendeiner ist doch noch aus dem Clan rausgegangen. Naja, egal. Okay, Fabian, Low Skates. Das ist natürlich sehr luxuriös. Die Verteidigung besteht aus zwei Kanonen und auf dem Level ist das hier fast der Jackpot. Die Sammler und Minen sind voll. Da kann man sicherlich ein bisschen was mit aufbauen. Ach, waren das noch schöne Zeiten. Wenn ich so ein Dorf sehe, einfach nur Free Loot. Man kommt und nimmt das Gold mit und geht wieder nach Hause. Sehr schön. So. Fabian, guter Angriff. Viel Spaß mit dem Loot. Hier schon ein bisschen weiter ausgebaut, aber guckt mal hier. Prall gefüllt. Das wünscht man sich doch später, aber findet man fast gar nicht mehr leider. Deshalb, falls ihr noch ein kleineres Dorf besitzt, dann genießt die Zeit. Später müsst ihr euch mit Queen Walks irgendwelchen Packers rumschlagen. Das ist manchmal auch sehr nervenaufreibend. Und das hier ist einfach ein Traum, wie viel Elixier zu holen ist. Sehr schön. Das war die zweite Runde. Und was kommt nach zwei? Drei. Wer ist noch am Start? Hier. Ja, hab ich doch gesagt. Fabian. Fabian ist einfach aus dem Clan gegangen. Mann, oh Mann. Ja, ne. Nur Spaß. Es kann natürlich jeder kommen und gehen, wie er möchte. Schade ist nur, dass es 50 Plätze gibt. Die sind nämlich bald voll. Ich glaube, wir haben noch zwei. King of Kings. Ja, das war, das ist hier natürlich auch cool. 230, 230 und 460. Boah, mit Schweinis. Luxuriöser Angriff. Auf jeden Fall. Da kann man sagen, einmal über die ganze Map gefickt. Das ist einfach die absolute Zerstörung. Nicht schlecht. Hat sich aber auch gelohnt. Das war ein guter Angriff. So, und ich glaube, einen haben wir noch. Ich habe mir die, meine Verteidigung, glaube ich, selber nicht mal angeguckt. Ich habe nur gesehen, das machen wir auch mal schnell. Oh nein. Oh nein. Ach, okay. Da will ich gar nicht, wir wissen, wie das ausgeht. Da müssen wir gar nicht weitergucken. Ein, ja, hier. Geiler Loot. Und danke für die Clan-Truppen. Clan-Burg-Truppen. Okay. Dann schauen wir hier nochmal rein. Ich glaube, das war auch ganz gut. 400, genau. Auf dem Rathaus 8er. Erst kommt die Schweine-Bande. Dann mit Packers und Golems. Krass. Das ist auf jeden Fall auch ein Luxus-Angriff. Sehr cool. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie viel Prozent du geholt hast. Okay, der King lebt noch. Kriegt der noch was hin? Ja. Gar nicht so verkehrt. 270, okay. Ne, es läuft sogar sehr gut. Gar nicht so schlecht. Super. Sehr cool. Das war auf jeden Fall auch ein guter Loot. So, und jetzt sind wir oben angekommen. Ich würde sagen... Wir versuchen jetzt gleich auch mal unser Glück. So. Leider können wir nicht mit Magian angreifen, weil wir relativ wenig Elixier haben. Deshalb habe ich jetzt doch wieder Bogenschützen hergestellt. Aber, naja. Man muss sich ja helfen, wie man kann. So, was haben wir in der Clanburg? Äh, ne. In der Clanburg. Das geht klar. Ja. Okay. Ja, wir müssen uns Richtung 45k Dunkles vorarbeiten. Wenn wir natürlich hier sowas reingedrückt kriegen, wie minus 2k. Ja, da kann man nicht viel machen. Eigentlich müssten wir auch die Luftabwehr... Ich glaube, das machen wir auch. Wir müssen die weiter auseinander schieben. Äh, müssen wir mal gucken. Also, mir ist schon bewusst, die sollten nicht... Die sollten mindestens ein Feld weiter auseinander stehen. Ähm, aber gut. Das ist jetzt nicht unser Problem. Ich würde sagen, wir ziehen auch mal in die Schlacht. Hm. Hm, hm, hm. Kriegen wir das hin? 2k. Die Abwehr... Doch, wir versuchen es. Wir versuchen es mal. Ich bin mal gespannt. Und... So, 5. Wir setzen die punktuell ein. Wenn der Bogenschutzenturm jetzt anfängt... Oh, wieso schießt der denn nicht auf uns? Jetzt können wir nachziehen. Ich hoffe, wir kommen da dran. Dann kommen wir hier an das Elixier nicht so richtig. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Mist. So, jetzt würde ich aber gerne auch wirklich mal reingehen. Tja, kommen wir da noch rein oder geht die jetzt komplett außen rum? Oh nein, wir müssen die zünden. Tja, die geht komplett durch. Ach nee, jetzt geht's hier rein. Okay, cool. Ich weiß nicht, ob wir das noch hinkriegen. So, jetzt kommt die ganze Armee. Oh, das wird knapp, das wird knapp. Jetzt ragen wir. Yes. Sehr schön. Und kriegen wir noch 50 Prozent. Ja, wow, in letzter Sekunde 50 Prozent. Sehr cool. Krass. 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 Echt krass. Wow, hat ja doch noch geklappt. Gar nicht so leicht, muss ich sagen. Huh, okay. Alles klar Leute, das war ein kleines Update, was bei uns im Clan los ist. Ich hoffe es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ich hoffe es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.